Jawohl, dann haben wir den dritten Lightning-Talk zum Thema Demontage Bundestrojaner, auch hier. Werner Reiter, AKVorrat. Wer letztes Mal schon da war, weiß, was der Bundestrojaner ist. Es ist eine staatliche Spionasensoftware, die das Justizministerium plant und die wahrscheinlich noch vor der Sommerpause beschlossen werden soll. Wir starten eine kleine Aktion dazu, und zwar am Dienstagvormittag, 10.30 Uhr, wer Lust hat, vorbeikommen, vor das Justizministerium. Bei mir im Garten grast gerade der Prototyp des Bundestrojaners und wir werden ihn am Dienstag vor dem Justizministerium fachgerecht zerlegen. Das heißt, alle Argumente, die wir gegen diese Software haben, werden wir dann auch physisch gegen dieses Ding anwenden. Dankeschön. Sehr schön. Wir hatten schon einige Veranstaltungstipps, aber es kommt noch mehr und es wird nicht langweilig werden. Der ein oder andere regelmäßige Besucher dieser schönen Veranstaltung mag sich erinnern, dass wir vor ein paar Monaten schon mal Kollegen da hatten zum Thema digitale Arbeit und Plattformkapitalismus. Und da gibt es ein kleines Update bzw. eine Veranstaltung, die hier angekündigt wird, von Markus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017